Ja, hallo. In diesem Video geht es um ein Corolla, also ein Satz, der unmittelbar aus einem anderen Satz folgt. Und unser Corolla folgt aus dem Satz von Moivre. Ja, und dieses Corolla betrifft einen Vorzeichenwechsel. Und das geht folgendermaßen. Ich habe ja hier zwei Vorzeichen. Einmal steht hier ein Vorzeichen, entweder Plus oder Minus. Und dieser Exponent, der hat ja auch ein Vorzeichen. Der ist hier Plus, denn n soll eine positive Zahl sein. Gut, jetzt sagt dieser Satz, dass ich diese beiden Vorzeichen wechseln darf. Ja, aber ich muss das zusammen machen. Ich muss beide zusammen wechseln. Entweder wird aus Plus, Plus wird ein Minus, Minus. Oder wenn ich unterschiedliche Vorzeichen habe, wird aus ein Minus, Plus ein Plus, Minus. Ja, also nochmal. Es geht um diese beiden Vorzeichen. Und der Satz oder das Corolla besser gesagt sagt, die darf man wechseln, wenn man sie gleichzeitig wechselt. Gut, ich habe ja hier zwei Fälle und deshalb habe ich hier auch zwei Beispiele hingeschrieben. Also ich habe hier ein Plus und die 6, da muss ich, kann ich mir ein Plus vordenken vor der 6. Also ich habe Plus, Plus und Plus, Plus wird Minus, Minus. Und genauso hier im zweiten Beispiel, da habe ich jetzt allerdings unterschiedliche Vorzeichen, nämlich Minus und Plus. Und aus Minus, Plus wird Plus, Minus. Ja, kommen wir jetzt zum Beweis. Und zwar beweisen wir erstmal Fall 1. Also ich habe hier ein Plus und hier auch ein Plus. Gut, ich habe das nochmal hier hingeschrieben. Und der erste Schritt ist, ich mache folgendes. Ich habe ja hier ein n und ich multipliziere das n mit 1. Und 1 ist das gleiche wie Minus 1 mal Minus 1. Ich habe also dieses n hier nur mit 1 multipliziert. Gut, im nächsten Schritt mache ich folgendes. Ich wende den Satz von Moivre an und diese Minus 1 hier, also eine von diesen Minus 1, die ziehe ich hier rein und dadurch wird dieser Winkel Phi hier negativ, weil der dann mit Minus 1 multipliziert wird. Ja, und die andere Minus 1, die bleibt hier übrig. Das ist dieses Minus hier. So, jetzt muss ich ein bisschen nachdenken. Wenn ich also hier bin, da habe ich nämlich einmal die Cosinus-Funktion und die Cosinus-Funktion ist eine gerade Funktion. Das heißt, die ist achsensymmetrisch zur Y-Achse. Ich male das mal eben auf. Also das hier ist die Cosinus-Funktion. Hier ist der Punkt 0,0. So, und die ist achsensymmetrisch zur Y-Achse. Das heißt, wenn ich hier einen Funktionswert habe, zum Beispiel von 30 Grad und ich betrachte den Funktionswert bei minus 30 Grad, dann sind die beiden gleich. Also man kann allgemein sagen, bei einer graden Funktion gilt f von x gleich f von minus x. Wobei dieses x diese 30 Grad ist und minus x ist minus 30 Grad. Ja, und deshalb kann ich eben schreiben, statt Minus Phi kann ich auch einfach Phi schreiben. Gut, dann haben wir ja noch hier diesen Sinus-Ausdruck und die Sinus-Funktion, die ist nicht, die ist keine gerade Funktion, sondern eine ungerade Funktion. Und zwar ist die punktsymmetrisch zum Ursprung und das sieht dann so aus. Ja, also ist nicht ganz genau gezeichnet, das soll hier durch den Nullpunkt gehen. So, das ist also hier die Sinus-Funktion. So, und für die Sinus-Funktion gilt f von x gleich minus f von minus x. Ja, das heißt, wenn ich f von x habe, hier ein Funktionswert, zum Beispiel hier bei 30 Grad ist das, schätze ich mal. Ja, und jetzt mache ich aus den 30 Grad minus 30 Grad, also aus x mache ich minus x, minus 30 Grad, dann ändert der Funktionswert sein Vorzeichen. Sehe ich auch schön, bei 30 Grad bin ich im Positiven, bei minus 30 Grad habe ich den gleichen Funktionswert, aber mit einem umgekehrten Vorzeichen. Ja, und diesen Satz wende ich hier an und dann wird aus Sinus minus phi, wird minus Sinus phi. Ja, und dann bin ich schon fertig. Wir können ja nochmal vergleichen. Also hier, ich habe plus plus, so wie hier, plus plus und aus plus plus wird minus minus minus. Minus minus. Also Fall 1 haben wir schon mal bewiesen. Ja, ich habe die Tafel gewischt und den Beweis für Fall 2 hingeschrieben. Das ist der Fall, wenn ich ungleiche Vorzeichen habe, also minus und plus, beziehungsweise plus und minus. Gut, den Beweis beginne ich allerdings von, äh, beginne ich auf der rechten Seite und beweist dann, dass das gleich dieses ist, also genau umgekehrt. Ich fange also hier mit der rechten Seite an, die habe ich hier nochmal hingeschrieben, ne, und ich beweise Fall 2, das heißt, hier muss ein Plus stehen, ne, habe ich auch hingeschrieben. Und hier oben muss Minus stehen, habe ich auch hingeschrieben. Gut, jetzt mache ich als erstes Folgendes, ich wende den Satz von Moivre an, auf dieses Minuszeichen, ne, dieses Minuszeichen heißt ja mal minus 1, n wird mit minus 1 multipliziert und diesen Faktor minus 1, den ziehe ich eben hier rein, ne, vor den Winkel, das sagt mir der Satz von Moivre. So, jetzt mache ich wieder Folgendes, ich erinnere mich an die Symmetrie von der Cosinus- und Sinusfunktion. Die Cosinusfunktion, hatten wir gesagt, ist achsensymmetrisch zur Y-Achse, ist eine gerade Funktion und für die gilt, Cosinus minus Phi ist das gleiche wie Cosinus Phi. Ne, und bei der Sinusfunktion, da hatten wir gesagt, das ist eine ungerade Funktion, die ist punktsymmetrisch zum Ursprung und da gilt, Sinus minus Phi ist minus Sinus Phi. Gut, und damit ist der Beweis dann vollbracht, denn das, was hier steht, ist ja hier die linke Seite. Ja, jetzt kann man sich noch fragen, was kann ich damit anfangen? Also man kann damit nichts Neues machen, aber man kann Folgendes machen, ich muss ja hier bei diesen Umformungen normalerweise drei Rechenschritte machen, die ich immer wieder durchdenken muss und da kann ich also drei Rechenschritte auf einmal durchführen, wenn ich mir eben diese Regel hier merke, dass ich beide Vorzeichen ändern kann, wenn ich die gleichzeitig ändere. Ist also nur zur Rechenbeschleunigung, ein Schritt machen statt drei Schritte. Ja, das war's, wir sind am Ende, auf Wiedersehen.